Du Spass, halt die Fresse, öh, 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 na gut. Okay, starten wir heute mal wieder mit einer Runde Warzone. Und nicht wundern, wir nehmen den Ingemität diesmal. Also es könnte durchaus, wie Markus gerade zumindest am Ende des Gesprächs, Privatgesprächs, sagte, es kann tatsächlich heute mal wieder ein paar lustige Dialoge geben. Ich hoffe zumindest, dass man uns hört. Heute sind wir zu zweit, die anderen beiden sind also nicht mit am Start. Leider. Naja, mal gucken, was ein lustiger Fades wieder gibt. Ach, herrlich. Jetzt muss ich mich wieder komplett davon das Spiel gewöhnen. Ich habe mich den ganzen Tag mit der Assassin's Creed gezockt. Ja? Ja, ich habe heute das Assassin's Creed gezockt. Ja, ich habe heute das Assassin's Creed gezockt. Hilfe. Ich sehe nur, jetzt keine Lobby-Dings. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Ich bin so erfahren, wie es tut. Und sollte einer von uns mal rausfliegen, aus dem Spiel, was passieren kann. Einfach kurz warten und dann treffen wir uns einfach wieder am Hauptmenü zusammen. Okay. Schauen wir mal. Weil manchmal gibt es Death-Error oder das Spiel stürzt ab. Und das kann ja alles passieren. Ja, ich bin heute ein bisschen verzweifelt bei FIFA. Oh, Kev, du bist schon wieder rausgesprungen, wo du gar nichts berättest. Ja, ja, ich habe mich schon wieder von der richtigen Gegner leiten lassen. Ja, das sind aber nicht wir. Ich weiß, ich weiß. Alles ist gut, dass es passiert. Jetzt weiß ich nicht, ob das mal. Warte mal, ich sehe dich aber irgendwo da unten rum. Bist du denn unter mir? Nee, da wollen wir nicht. Geh in diese Richtung. Ich habe dir einen Ort markiert. Ich bin hinter dir. Ich sehe dich. Ich weiß, wo du bist. Ich bin hinter dir. Ach, scheiße. Da kommst du nicht rein, so. Ich muss mal woanders hin. Warte, 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 warte. Ich muss auch da runter hier. Warte, 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 warte. Aber. Schreiten alle Ziele im Einsatzgebiet aus. So. So, ich habe keine Waffe. Ei, ei, ei. Ich habe was abgekriegt. Geil. Ich habe direkt beim Gegner vor der Tür gestanden. Ja, 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 ja. Mit einem Schlag, Alter, ich bin schon wieder ausgerasten. Das Spiel ist manchmal so ein Betrug. Künfer für deinen Wiedereinstieg. Naja, es geht ja in erster Linie nicht um... Klar, es geht auch was zu überlegen, aber es geht ja in erster Linie. Ey, guck mal, wie ist das zusammen? Komm her, warst du mal hier. Gut, dass Kev Mann und Frau nicht unterscheiden können. Das ist sehr schön zu wissen. Wer weiß. Aber es sagt viel über dich aus. Warum sagt das viel über mich aus? Ja, dass du Mann und Frau nicht unterscheiden kannst. Ja, das sind manchmal... Manchmal sind da ganz schön Idioten dabei. Wir sind im Engelschef, ihr wisst es, ja. Oh ja. Sind beide oben auf der Plattform. Ja geil, ist schon mal toll. Alter, ich. Scheiße, hinter dir wäre er gewesen. Ich weiß. Zurück zur Basis. Ihr habt hart gekämpft. Gehe zur Nachbesprechung zur Basis. Ja. 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 Das ist halt Problem. Problematisch bei solchen Videos, wenn du im Engel-Chat bist, dass du dann halt echt bei den Videos aufpassen musst. In der Musik. Ich befürchte, dass sich da YouTube wieder melden wird. Ja, da hängen wir noch eine zweite Runde auf jeden Fall dran an das Video. Ich würde so zu kurz hören. Ja. Achtung! Die anderen beiden fahren oder warum sind die nicht dabei? Wärmt euch jetzt auf, wir werden bald aufstehen. Aua! Hilfe! Aua! 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 So. So. So, ich bin hinter dir. Na dann such dir mal Ausrüstung. Ne, für Soil brauche ich nicht. So, ich bin hier. Oh, ich bin hier in Schausschütze. Oh, ja. MP. Okay. 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 Alle Schauschutze oder Dingsmunition? Oh, Alter, schreck mich nicht so. Ja? Hier, nimm mal. So. Mit drei Gedrücktheiten auffüllen. Mist. Kein Fahrzeug hier in der Nähe. Da drüben ist der Maisgesuchte. Vielleicht könnten wir den abfangen. Da kommt einer runter. Da unten wird auch geschossen. Oben auf dem Dach. Ja, gegenüber von uns. Da ist noch ein Sniper. Vorsicht. Einde hat er gekriegt. Links am Haus. Direkt im Beschuss. Da, wo wir drauf geschossen haben. Auf der anderen Seite liegt er. Sitzt er. Ich weiß aber nicht wo. Sein Schutzpunkt hat gerade gewechselt. Da. 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 der schausschützer hat auf jeden fall mehrere hits von mir gekassiert aber halt kein entscheidender soldaten ihr habt einen haken schade mann die mit ihrem rumgespringen alter dieses bunny hopping aber kann man nicht ganz normal spielen ich verstehe das nicht schade naja doppelflip scheiß mich tot kill machen oh war Bis zum nächsten Mal.